Okay, na gut. Also mal diese, ob wir die Punkte sehen. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Oh, da liegt noch was. Erinnerst du Morgan Freeman als Gott? Oh ja, ich erinnere. Erinnerst du als Christen sich noch um Bedürftige schirpen? Klar, ich erinnere. Ich erinnere mich, Bernd. Ich erinnere mich, ich erinnere mich. Und da. So, jetzt müssen Sie sich gerade mit der Eigenschaft mal melden. Ich weiß gar nicht, ob wir noch eine Hauptmission haben. Überhaupt, nehmen wir die Karte. Aber wir zählen recht so, ist gerade ausgewählt. Was ist eine Hauptmission? Okay. Das heißt, wir können jetzt entweder zur Schule oder in das Drogenlabor oder was auch immer. Gehen wir mal zur Schule, würde ich sagen. Muss man da lang? Genau, dann bloß runter und wieder hoch, oder? Ja, dann gehen wir mal die Schule. Und dann ist die Mission ausgewählt. Zack. Hey, Wunderarsch, das machst du super. Sehr gute Charakter-Drogenarbeit. Ich habe eine super geheime Mission für dich. Geh zum neuen Tacoladen in der Hauptstraße und kauf mir ein Taco. Cool Ende. Was? Geht so früh, wenn es Tacos? Wo ist der Frühmanns-Taco? Ne, was ist das? Achso, hier ist Operation rechts, oder? Aber wo sind die Frühmanns-Taco? Äh? Mö, oder muss ich mal? Mission auf Karte anzahlen, hm? Ach da. Wir gucken, wir gehen trotzdem erstmal in die Schule. So, wollen wir das Kostüm angucken? Kostüm. Hm. Hm, ja, das ist nicht so geil. Das könnte passen. Uh, das schon mal. Ja. Wo denn? Äh, das passt nicht so. Hätte die Frisur gerne ohne Dämpfer. Wo denn? Das sieht man ja gar nicht. Okay. Äh. Haben wir das erstmal? Jetzt müssen wir mal. Ich höre da rutsch. Ich höre da. Hui. Hi. Ah, das ist wunderbar. Du willst deinen Kampf vermeiden? Vorzüge mit Gegner mit anderen, die teuer sind, die anderen zu kämen? Ja, das darf ich vermeiden. Ah. Ah, Mann. Sieh, die Chaos-Akkai. Ja, ja. Scheiße. Ich werde Chaos-Ehre machen. Undgültiges Chaos. Chaos ist unausweichlich. Wir sind wie die Heuschrecken. Ich hab mir ein bisschen Blut. Ja, genau. Warte mal. Gehen wir irgendwie alle anrundlich sagen. Ja, das können wir am besten wieder. Wir haben uns gleich drei Stück. Oh, ich ziehe stärker aus meiner Schwäche! Ja, ich will nicht so groß. So, jetzt kommen wir auf. Da sind ja gerade drei Felder, oder? Es gibt drei Felder, oder? Das müssen ja auch vier Felder ansteigen. Wo gut, dann fangen wir die an. Oh, Spaß! Mein Zaubkrissel steht offen vor, Staunen! Alter, Tulma treibst brutal! Nein, Kray! Okay. Okay, nur so direkt drüben. Und da hinten? Sind ja eigentlich fast alle dauernd. War ziemlich eingefahren, jedenfalls. Äh, brettende Haare, wie ist der Bluetooth vergaten? Plakai, bereit! Okay, ich bin dran! Da wird dem ein, dass wir das Ende verschaffen. Genau, das ist sauer schon. Ja, das macht den Daumen und wir stellen auf Moskitos Platz. Ja, das geht nicht. Das ist der Platzgeleiter Schiff. Donnerstag ist Cheat Day, da werde ich mir sowas von den Bauch vollfressen. Das hab ich kaum sehe. Oh, da hat dein Kollege noch. Der explodiert dann auch. Nur Wahnsinn und Chaos erwarten dich! Nein, Mutti! Den Sinn mit Schabon! Lass mich nur kurz an den Leichen lutschen! Oh, Mensch, das ist mir jetzt... Das wollte ich überhaupt nicht so sagen! Oh, okay. Oh, die Technik... Oh, die Technik... Ja, die Technik... Ja, die Technik... Ja, die Technik... Ja, die Technik... Das ist schon kaputt. Oh, nein! Was, nein? Dionage-Kamera... Spruchflasche... Ach, dieser Husten... Ich bin falsch! Ich muss noch weiterlaufen... Vielleicht können wir ja hier so ein Bild aufhängen... Ja! Wo häng ich jetzt noch ein Bild auf? Das ist ja doch... So... Juhu, juhu, juhu... Stopp-Aufnahme aufhängen! Sehr gut, jetzt würden wir wenigstens noch was erkennen. Aber sowas habe ich im Polizeirevier eigentlich nicht gesehen. Du weißt, dass rund um das Radort viel los ist. Vielleicht stellt sich da mal so ein Wahlkaufssport an. Einen total lustigen... Ja, ne, ich glaube nicht. So! Cool! Äh, was ist das? Äh, was bringt mir das? Ich weiß es nicht! Äh, wie viel Kurex sind das? Das ist ja bestimmt ein neuer Rekord! Auf die andere Seite? Ja, nein! Da muss man den Stuhlen denn! Oh! Ich glaube, wir können das noch nicht machen. Das ist definitiv noch eine Fähigkeit! Schade! Schade! Gut, äh, dann hat sich das jetzt schon erledigt! Ist jetzt noch was zu einsammeln? Nein! Na gut, das ging ja mal schnell! Mal wieder in die Cover angucken! Mal wieder in die Cover angucken! Mal wieder in die Cover angucken! Oh, guck mal! So! so steht er ab das ist auch keine Augenmaske geil so und schnee meinen Hut ich hab nicht gesehen was war es sah cool aus im Hut geil der gefällt mir den gehall ich auf lecker wir kommen klar nicht weiter ja das ist noch gesperrt und jetzt hier hin na toll wir hätten hier runter laufen können wie arschlos ja gut egal ich will ja mal springen ja man kann ja nicht springen auf wem soll ich gehen oh Gott ich hab so viel Hausarbeiten ah Mr. McGeele McGeele weiß ich gar nicht mehr oh Gott ich hab dich im Auge mach keinen Scheiß nein ok aber mach keinen Scheiß ja hab's doch gewusst dass du Scheiß machst hä ok aber diesmal kein Scheiß Schluss mit dem Scheiß hä hm geht's vielleicht auch mal ohne deinen Scheiß ich hab die Faxen dick von deinem Scheiß ok weiß nicht wie wir ihn da zu kriegen ich warte auf den Mathematikwettbewerb ja die Bibliothek hat geschlossen und ich muss lernen nein nein klar machen wir ein Selfie juhu juhu eschle ja danke ich kann Selfies löschen außer du findest dich sehr gut aus und den Pfeil löscht es bloß nicht ja 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 passt klar ich mach eh 10 Selfies täglich ja was sollte man tun das ist ganz normal ja wuhuu Annie Nerson schick Danke hm hä hä hi die Schule ist aus was machst du noch hier äh aus dem Bett gerollt bin natürliche Schönheit komm morgen wieder ja wiffi ups falsch mit ihm können wir keins machen da oben können wir ein Foto aufhängen, also müssen wir auf jeden Fall in das zweite Stockwerk na gut, was ist mit diesen Windfahnen auf, äh mit den Windrädern, ich weiß noch nicht ach so Cafeteria, Gymnasium, äh Gym, äh Fitnessraum, Erhungenschaft, feindliche Umgebung, ja was, sonst was ist das nicht, äh, oh nein oh hey, du bist der Neue, richtig? nein, oh gut, danke fürs Kommen, nimm Platz nein, ich will nicht, ich will nicht, nein, 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 bitte nicht okay oh, hallo Neuer ja oh Gott mit mir als Vertrauenslehrer kannst du über alles reden nein verstehe ich richtig, dass du über dein Geschlecht reden willst? nein okay, also ich bin geschult in, äh, Geschlechtsfragen, okay, du musst keine Angst haben ja, 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 ich weiß du hast zwar keinen Plan, aber ey, mein Kind, es ist wirklich einfach, wenn du über dein Geschlecht reden willst, dann du fängst an, indem du sagst, naja, ich bin ein Junge oder ein Mädchen oder was anderes äh, was anderes ach, guck mal, das kann man nicht anfangen im Prinzip haben wir ewig Zeit, aber je eher ist es, weißt du besser? äh, nein ach so, das ist von Charakter vorgelegt, hm, ich wäre so weit ähm, dann machen wir was anderes, weil wir nehmen ja das Kostüm, was uns im Moment am besten gefällt okay, äh, sonstiges? Du meinst, dass du weder Junge noch Mädchen bist? du glaubst also nicht, dass du ein Geschlecht hast? nein okay, warte einen kleinen Moment, ich muss deine Eltern anrufen äh, was? das dauert nicht lange warum? äh, hallo, hier ist Mr. Mackie, der Schulpsychologe ja, hi, ähm, ich habe ihr Kind hier in meinem Büro und, äh, ihr Kind hat mir gerade erzählt, dass er, äh, ähm, dass es sich identifiziert als geschlechtsneutral oh, das wussten sie? ja okay also nein, gar nicht, das ist nur, ich glaube, dass jeder gedacht hatte, dass, dass es ein Junge ist, okay? nee, hallo ja, nein, das, das ist super, das ist gut zu wissen, ich glaube, ab jetzt kann ich wirklich vielleicht helfen vielleicht herzlichen Dank, okay? wiederhören, okay? ah, ja, hast du dir so gedacht, hm? okay, das ist mal ne Überraschung aber es ist gar nichts falsch daran, sich nicht männlich oder weiblich zu fühlen man kann das Geschlecht haben, das man will, okay? und Selbstländigkeit ist, das ist okay, total okay, das greift sogar aufs Spiel ein Können wir das ändern? Ah, okay. Oh, wir lassen das mal. Ist sonst noch was? Nö. Au! Ah! Okay. Ja! Okay. So. Geh von... Ups, ich ruhe. Äh, das soll Kornhalle sein? Oh, ich sehe da was. Hä? Achso. Du 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 du. Meinst du? Die Mobile Smartphone du so Arsch Körperspray. Was postet die tatsächliche Penisgröße von Jungen? Da wird von der Schule. Hier sind alle drauf. Also zumindest kenne ich sie mit drauf. Es fehlt bloß mal eins für die nächste Belohnung. Das ist für mich schlecht. Stockballen kräftige Basiskomponente. Was ist das? Keine Ahnung. Gehört bestimmt auch zu einer Feuera. Ich weiß jetzt gerade nicht was. Mehr raus? Sonst irgendwas? Nein. War nicht vorbei. Ist alles hier? Na gut. Na gut. Na gut. Die Weihnachtsferien sind noch so weit weg. Wie können wir denn nach oben? Hier ist das zu. Ach hier, die Treppen sind auch zum Spreizer. Okay, dann kommen wir wahrscheinlich erst später hoch. Schau, schau, schau. Das ist doch sowas geschlechtsneutrales. Komm schon. Seiche wie dich mögen wir hier überhaupt nicht, klar? Lass uns dieses Ding ordentlich begrüßen. Was hab ich denn getan? Besiege die Nutterrägler mit passender Musik. Dich prügele ich zum Hetero. So wie Harry damals, 94. Lies die Verfassung, dann weißt du, dass es meine Pflicht als Patriot ist, dich fertig zu machen. Jetzt steht's fest. Euch zu verprügeln war echt ne gute Entscheidung. Alter, was schlägt du bitte Kinder mit einer Glasflasche? Uff. Mann. Nimm dann, glaube ich, die Flasche. Ich bin schon fang aus Thüringen. Ich bin schon fang aus. Ja, der nennt ja einen Platz tauschen. Ja gut, da kann man hier am Platz tauschen. Aber dann kommt ein Postwerk nicht mehr raus. Aber Jugendkalk ist feuernd. Machen wir das? Heckt mich dann mal auf in die Krämpel. Ja. Alles schön und lustig, bis wir aus den Augen und Erschen bluten. Bäh, super crazy. Wir sind gar nicht das vor Ort. Äh, die Reihe können wir nicht schaden. Der wird entschlagen, der Anfang. Der brennt dann auch. Der brennt dann auch. Darauf trinke ich hin. Au, hey. Scheiße, gelockt neuer. Ich brenne wie der Wursch in der Bibel. Wenn du Amerika nicht liebst, kriegst du was auf deinen Sozialistenarsch. Nein. Starterlaubnis. Ja. Wir gehen uns einmal runter in der Äpfel. Der Mann, den unten. Wir gehen uns auf, auf. Klaue Rückschlag. Also los. Gut, dann haben wir auch träge, das ist sehr gut. Ich hab genug von dem Kack. Deine Schläge, Sorge für kleine Blutlachen unter ihrer Haut, Superbreak. Perfekt zum Trinken. Ich hab dich mal. Okay. Reicht nicht. Noch. Müsste eigentlich beim nächsten Anzert tot sein. Machen wir mal. ich gehe noch mal eben kotzen zeig uns was du drauf hast so nicht verkürzt man eigentlich jetzt mach mal eben Platz ich habe keine Ahnung wie die Scheiße funktioniert hey ja kacke füllt den Zorn von Hildenkeit ja ich liebe sie so versenkt schließt die Säfte ein okay wir müssen noch ein bisschen Moskino weg sind das ist echt ekelhaft was er hier so erzählt die Mucca geil komm mal weg hier so Peter aufschlagen langsam sollten die Bösen ihr Leben überdenken ja würde ich auch machen so ist es geworden Hassschmiede angefangen und Geld so ich frage mich was passiert wenn man eins zu anderen Geschlechte nimmt du kannst jederzeit bekommen wenn du glaubst dass sich dein Geschlecht geändert hat das ist völlig normal nein nein ist das was war das schon ja Schuttle mit Buntstücken wie sieben Karte der Kissing Company LTD so was können wir denn jetzt machen so wir haben was für einen Charakterbogen so ansonsten das mit Moskito Meister Allerways sind Sripper Titel auf dem Charakterpunkt weißt wir müssten ach wir sollen ja ein Burrito holen haben wir hier eine Schnellreise wie macht man eine Schnellreise wie macht man eine Schnellreise schnellreisestation aber wie mache ich das muss ich da an einer ich bin der Schnellste in der Stadt ja ich weiß wir wollen hier hin wenn lieber schnell los gehts wir sehen uns ruf mich wenn du schnell von A nach B B B musst ja ruf mich wenn du schnell von A nach B B B B ja mach ich ähm Hallo ich hoffe du fühlst dich jetzt besser du P P P P P Penner na lass dich in die Bank rein sobald die Märkte zusammengetroffen sind na du lästern uns nicht mehr die Bahn wollen wir hier schon hin oh Kai ist Mutter. Hi. Na du, bist du mit Kai befreundet? Ja. Riechst du das? Das ist der Geruch neuer Ware. Also riechst du nach chinesischer Kinderarbeit? Riechstus-Kombo-Ultimativ-Kraft-R. 4 Dollar. Gute Wahl, keine Flecken. Boah, das Lied, Alter. Geil, Alter. So, was haben wir denn noch? Alle sitzen in der Komponenten. Kostüme. Blitzanzug und Blitzmaske, ne? Beeil dich lieber, bevor du dich mit irgendwas ansteckst. So, können wir ein Foto machen? Wer ist das da? Ne, auch mit ihr. Juhu. Der Komponenten ist in unserer Stadt. Kun und Freunde sind diese Stadt's only Oath. Okay. Jetzt müssen wir in der Stadt und machen super-Hero-Stum. You know, help Menschen und fighten Komponenten und Dumb-Shit wie das. Well, wie ist die Charakter-Sie gekommen? Also. Juhu. Komponenten und Dweckse. Komponenten, eine Schlecht-Waranz-Ausse. Komponenten, eine Schlecht-Waranz. Ich habe es ihnen gesagt. Na, das ist ja! Ich habe 20,000 Dollar zu somen. Ihem Bino. Halt ein paar Pfein-Huhe. So you know what I'm gonna do with all the rest? Go to Paris and get a penile enhancement and fuck French Jicks. Super Craig.